assalamu alaikum meine lieben hier ist wieder die radiga jetzt war ein paar tage die vögel drüben ich glaube das ist alles okay quarantäne ist vorbei der kleine kiwi war so traurig und jetzt habe ich mich jetzt wieder nicht bewegen die wollen dann wieder ins ding rein jetzt kommunizieren die jetzt geht es im kiwi wieder besser und die gucken als reden die das sind ja artgleiche so wie ich das verstanden habe wurden den eltern ja auch die kinder weggenommen und dem kiwi wurde ja auch von den eltern weg also haben sie das gleiche schicksal und freuen sich jetzt sich gegenseitig zu sehen ist das niedlich gell wie die reden aber ich kann also wirklich es ist was ganz besonderes hier fein den mann juckt es nicht der futtert lieber das war jetzt die frau deshalb ist mama herz gäste und kleines baby da zu sehen und er freut sich dass er andere sieht machmut look man in der bedroom schmute are speaking together so sweetie the story from where you come i'm from jirja and you me from gardaga from the red sea and coco me also from sohack coco is from sohack die sind kurz vor sohack und der aus vergadah alle verwandt her coco so dele ja dass der kleine nicht so allein ist da ist ja immer so leicht apathisch und ja so kann er sich ein bisschen unterhalten und die haben ja nicht direkten kontakt sondern nur am käfig also noch ein bisschen abstand und jetzt kommt die frau ich will noch mal babys haben was hör mal auf doch kommen wir legen noch ein paar jaja naja ok gucken wir mal jetzt geht die schon ins häuschen jala es wäre wünschenswert geht sie noch mal gucken der geht fressen mir doch mir doch wurscht und die geht gucken nach dem mädchen nach dem baby jetzt reden die mahmut look ich hab doch uns weg ich hab da waren Even the sound I like. Also ich habe mir jetzt schon ein paar Videos angeguckt. Wellensittiche geht gar nicht. Nymphensittiche mag ich auch nicht. Die quietschen auch so. Dieses Tschi, Tschi, Tschi. Ja. Und Coco geht gerade noch. Aber der stört mich auch manchmal mit seinem Geschrei. Und diese Halsbandsittiche, die haben irgendwie eine angenehme Stimme. Das kann ich mir anhören. So. Definitiv ist er jetzt hier beweglicher. Guck. Die sollen ja auch später irgendwann im Schwarm dann leben. Höh, fällst du von der Stange. Kleine. Kiwi. Ja, der Mahmoud, der wartet auf mich. Weil wir wollen ja nach Aluminium City jetzt einkaufen gehen. Dann nehme ich euch auch mit. Aber ich komme nicht in die Pötte. Ich liege unter der Klima. Mir ist irgendwie zu warm zum Bewegen. Ich gucke lieber hier. Halsbandsittich TV. Und especially the woman go to him, you know. The man is eating, like you. She don't care. Die war jetzt ganz unten. Aber der Blitz vom Video hat sie jetzt abgeschreckt. Ist noch kamerascheu. Guck mal. Der hängt auch am Gitter dran. Oh, ist das süß. Guck mal. Das hat früher 25 gekostet, das Auto putzen, jetzt 35. Aber der macht das mit Politur, mit allem. Ah ja, zeig mich mal, dass ihr mal das saubere Auto seht. Also, das ist jetzt hier frisch poliert, gell? Das alte Auto. Ah ja, you call this man for the car. You answer you or you forget. Is this the new Al-Galabeya? Die neue Galabeya von Mahmoud. Masha'Allah. Mabruk. Allahi barik fiik fiik. Ah ja, sehr gut. And this is done. But it's not looking iron good, Mahmoud, or is it normal? The material is not so good. The material. This is more sick. Anyway, das Auto ist einigermaßen gut. Und ich, ja, für 35 Pfund. 2 Euro. How much Euro? 3? I don't know. 3 Euro 25. So was. Einmal Auto reinigen. Ja. Okay, Allahi. Sehen wir uns dann später wieder. An oil also. Mit Seet. Ah ja, Politur. What was this? I have five, four months on the kitchen. You changed the oil, inclusive this month is cleaning. No, the oil is 300. Allahi. Also einmal Öl wechseln, 300 Pfund, 17 Euro circa. Hat er jetzt auch gemacht. Muss man ja auch ab und zu mal machen, hier. Make sure you're down. Und jetzt, ja, wir müssen natürlich jetzt uns beeilen. What time do you want to come back in the home? When is the finish? 7, 8, 8. Also jetzt haben wir kurz vor Maghreb das Abendgebet. Und dann, das heißt, wir haben so 18.30 Uhr. Und 20 Uhr muss man zu Hause sein. Also haben wir noch Zeit. So. Ah, they clean here this. Ach, guck, die fangen jetzt an. Aluminium City fängt an hier. Aluminium meine ich. Die Fabrik räumt den ganzen Müll hier weg. Die haben jetzt auch Kameras vorne und da hinten aufgestellt. Wenn einer kommt, mit einem Traktor kommt und hier ablädt, kriegt er eine Anzeige bei der Polizei. Das ist die Aluminiumstraße, ihre private Straße und die Leute schmeißen ihren Müll dahin. Das geht halt nicht. Das ist alles Bauschutt, ne, und irgendwelche Hausraddinger. Was die Leute halt so Traktoren bestellen, wie wir auch, ne, und die Traktoren, die fahren halt nicht zu den richtigen Plätzen, sondern das ist für die bequem hier schnell abschmeißen, erledigt. Und das Geld wird eingeheimst. Das geht nicht und wird halt alles vermüllt hier. Und jetzt machen die das richtig. Finde ich gut. Aluminium, super. So muss sein. And here, they throw it here then or what? I don't know. It's like all this area he brings it. Can be, maybe. Die haben das alles da hinten hingebracht. Und dann sammeln die da hinten. Keine Ahnung, what they do with that. Ah, but it's looks nice. I will, I will be sure that it's away. But I here also would be light. Echt? Wallahi, Alhamdulillah. Also die machen ja noch Licht irgendwann hin. Hier sind ja die meisten Unfälle, ne, in the night. Hier, dieses Ding da, die tun sich dann ausweichen und gehen auf diese Betondinger drauf. Da ist ja mein Schwager auch nachts sein Motorrad gefahren, einem ausgewichen und genau auf so ein Betondings drauf gefahren. Und seinen halben Fuß da abgefasst ab. Ja. Ah, der Klipper muss man trotzdem anmachen. Es ist schon sehr warm noch. Also es ist bestimmt noch 35 Grad draußen. Die Leute arbeiten noch am Feld. Aber man muss die Asphalt, die Asphalt machen. Aber you cannot make new Asphalt. Das schon hat die Samen dann das. What is this, Alefikra? For what? Waterdy or for the machines? Wir wissen nicht, was das ist. Maybe this is for the light, Damod. Irgendwas Falsches gebaut hier. Keine Ahnung. They are starting. Not bad. Gut. Ein bisschen anfangen, sauber zu machen. Oh, ah, and then they will also not throw the dead animals. Weil hier war ja auch immer der Tierfriedhof. Irgendwelche Kühe, Wasserbüffel, Esel wurden halt hier abgeladen. Tot. Und dann kamen die Straßenhunde, haben die gefressen. Ist halt alles für die Gesundheit nix. Ist ja klar. Finde ich gut. Und jetzt sind hier Kameras in... Ah, da oben. There I see a camera. Da haben sie schon... Da haben sie schon... Aha. Ja, da sieht man. Ja, da können sie sehen, da fährt einer beladen rein und dann nach hinten kommt er entladen raus, dann weißt du Bescheid. Ah, very good system here. Yallah. Mahmoud geht tanken, dann habe ich Zeit einzukaufen. So isch es. Yallah, Bina. What is this? Oh, 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 oh. Eier. Das ist verfaustbar. So meine Lieben, ich kann euch mal ganz kurz mit Klobürste brauchen wir auch. Bisschen, ne? Cornflakes für die Kinder. Dann haben wir hier, äh, Oat Haferflocken. Ich habe Haferflockenmehl, Leute, Haferflockenmehl. Also Hafermehl, so rum. Das haben wir gleich vier Packungen. Das wird wahrscheinlich sau teuer sein, weil ich es das erste Mal hier gesehen habe. Wir werden sehen, wie das schmeckt. Jetzt guckt der Mann da, was schwätzt die für eine Sprache. Und weil wir doch einmal Jasminreis gekauft haben und wir haben das für gut befunden. Man hat gesagt, warum sollen wir immer sparen, wenn das dir so schmeckt. Kauf gleich zwei Kilo. Dann kauf ich doch gleich drei Kilo. Logisch. Ne? Machen wir nicht rum. So, was können wir noch kaufen? Boah, wenn man schwätzt hier durch die Maske, kriegt man keine Luft. Ich will mich nicht beschweren, neue Leute. Ach, seht ihr, die Dinger können wir auch wieder mitnehmen. Was ist das? Für was braucht man jetzt die Großen? Für was ist das? Für was Schweres aufhängen? Oder was? Batanea, für eine Decke? Komm, nehmen wir nochmal zwei, vier, fünf. Dass wir immer die gleichen haben, gell? Wir brauchen mehr davon. So. Jetztetle. Das brauchen wir. Komm, das brauchen wir nicht. Was kann man noch gebrauchen? Ich brauche noch einen für Tum, sagst du mir. Ach, ich brauche gar nichts. Nee, komm. Ich liebe so Dinger, gell? Scheren kann man auch nicht. Oh, guck mal, wie viele Scheren da sind. Nein, das brauchen wir nicht. Komm, nicht rummachen. Oh, mache ich hier was kaputt. Geht's nicht gleich. Äh, ja. So, jetzt gucken wir mal hier. Ein bisschen Macaroni. Wir brauchen Spaghetti. Spaghetti. Carbonara. Und keine Coca-Cola. So. Komm, und eine große brauchen wir auch. Spaghetti geht bei uns immer. Die sind auch gut. Soll ich, soll ich nicht? Ich habe keine Ahnung. Komm. Brauchen wir nicht. Zu viel ist auch nichts. Oh, guck mal, die sind süß. Aber die sind bestimmt teuer als die normalen. So, wir brauchen noch Salz für die Spülmaschine. Aber ich soll nur die Marke kaufen. Wenn wir die haben, ist ansonsten nichts. Das ist das normale Pulver. Oh, wir müssen mal kurz Luft holen von der Maske. Nee, gibt's nicht. Spülmaschinen-Salz gibt's nicht. Aber wir haben ja gekauft. Was brauchen wir sonst? Ah, wir brauchen wieder genau Feri. Haben wir's? Ach, Feri. Leute, das ist halt wirklich günstiger, ne? Für Feri ist das jetzt kein Konzentrat. Ach, Konzentrat. Da tust du so eine Flasche. Mache ich für eins, zwei, drei. Drei Liter oder so benutzt man mit so einer Flasche. Der Hasch dann. Ich nehme dann gleich zwei Flaschen. Ne, weil wir müssen ja nicht so oft einkaufen gehen. Also mein Mundschutz ist schon nass. Dann habe ich ja gar keinen Schutz praktisch, gell? Leute. Dann kann ich es gleich wegmachen. So. Domti müssen wir auch noch ein bisschen kaufen. Also wir haben den hier ausprobiert. Der war nicht schlecht. Muss man echt sagen. Aber doch ein bisschen. Da ist auch Wasserbüchelkäse mit drin. War jetzt doch nicht so. Ich such den mit Isch da. Mit Sahne. Mit Oliven schmeckt mir es auch nicht. Das mag mein Mann. Ist ja klar. Ich finde den nicht. Feta Cheese. Irgendwie mit Sahne Geschmack. Ne. Naja. Ist egal. Ach, Greenland. Das war es doch. Mit Sahne. Creamy Taste. Genau. Das kann man doch mal wieder nehmen. Genau. So. Alles klar. Weiter geht's. Was brauchen wir noch? Tahina. Tahina ist immer gut. Gut. Ne große aber. Hier. Genau. Ach, dann will ich noch genau. Wenn wir schon hier sind. Die haben ja auch dieses Gute. Mit von dieser Marke. Ne, das ist es nicht. Das muss dann hinter mir sein vielleicht. Ne. Das Honig. Schwarzer Honig. Ach, hier. Das da. Das schmeckt super. Leute. Ich habe das mal gekauft und dachte, das ist Tahina. Weil das von der gleichen Marke ist. Also das kaufen wir. Das mag der Junis sehr gut. Das ist voll Eisen. Natürlich auch Zucker. Aber. Ne. So. Gucken wir mal da. Was haben die hier zum Sprühen? Magic. Rumba. Ramba Zamba. Ach. Für die Luft zum Frischmachen. Hanoi. Wir haben frische Luft. Chips brauchen wir nicht. Hier brauchen wir wieder Sachen. Genau. Ketchup, Mayo. Haben wir noch zu Hause. Aber Mayo kann man wieder. Ja, genau. Das haben sie nicht. Wunderbar. Ja, Leute. Wisst ihr, das ist ja immer der. Warum ich immer zuschlage bei vielen Sachen. Wenigstens Barbecue haben sie. Weil ich weiß, manchmal ist es ausverkauft. Und dann kriegst du es halt nicht mehr. Dann stehst du da. Und genauso, wenn ich halt ein Tier sehe, wo ich sehe. Oh. Dann muss man zuschlagen. So schnell ist es hier halt auch nicht mehr bei uns im Dorf. Oder in der Nähe. So. Jetzt brauche ich nochmal Pilze. Wenn es geht, ganze Pilze. Aber ich sehe nur die. Naja. Besser als nichts. Ach so. Nee. Das sind ja Lupinen. Lupine. Was ist das? Black Eye Beans. Nee. Die sind ja aus der Dose. Ist ja eklig. Na gut. Dann das. Was willst du machen? Besser als nicht. Nehme ich mal zwei Dosen. Weil wir essen so gern Pilz und Sahnesauce. Ach. Auch das darf nicht fehlen. Das ist unsere Mais. Immer gut. Und ansonsten. Thunfisch kann man vor Ort kaufen. Tomatensauce. Ach. Das kann man auch mal wieder nehmen. Genau. Die gute Knorr. Gute, gute Knorr. Boah. Freco Luft mehr. Mustard Sauce. Senf Sauce. Hanoi. Das brauchen wir nicht. Ketchup haben wir noch. Okay. Ah. Warte mal. Genau. Wir brauchen. Rosenwasser. Nee. Apfel esse ich nicht. Ich brauche den. Wie heißt denn das jetzt? Sojasauce ist mir ausgegangen. Scheikh. Mahmoud, kann man für die Sojasauce? Ja. Sojasauce, bitte. Das ist was ich mit soja... Just sagen Sojasauce. Hier versteht. Soos betat Soja. Guck mal, ich halte drauf und ich dachte, hier muss es doch sein. Und ich lese nur das und gucke nicht da. Die ist doch auch von Heinz, Leute. Heinz hat auch noch Sojasauce. Und ich habe schon lange keinen Red Bull mehr. Mir langt es jetzt. Jetzt lautet es mal. Was ist das? Mountain. Hä? Ich bin nicht für neue Sachen. Oder doch? Bin ich für neu? Das sieht doch so nach... Was ist das? Container Carbonate, Water, Sugar? Ach, keine Ahnung. Komm. Da habe ich jetzt gar nicht Bock, was zu lesen. Ach, ich brauche Luft. Leute, Leute, ist das ein Hitz. Freddy, Steady, Red Bull. Nein, oh. Wir haben aber Sting. Hat das nicht noch mal. Sting kann man auch als Red Bull-Ersatz organisieren. So, Mahmoud. Better than nothing. Sting. Bring like... Sting. Stinky? Ach, I think you say bring ten. Where is your command, Mahmoud? I don't go somewhere. We are in the supermarket, Mahmoud. Come, please bring it. Mahmoud, I will also take it off. You want this? No, no, no. Ah, I must worry, but you not. Er sagt immer, zieh den Mundschutz aus. Aber selber. Yallah, bitte, Mahmoud. Bitte. Also, nein. Going to come back with the commandment, Mahmoud. I'm not joking. Please, please. Well, you know they have here cases. I'm afraid. Das ist übrigens der Mix, den ich immer kaufe zum Panieren. Der ist sehr fein und gar nicht so schlecht. Und das mixe ich dann noch mit eigenen Gewürzen. Ja, von My Chef. Das ist sowas wie Avonmai oder... Das ist der Panier. Habibi. Ja, der vermisst das Panier. Ja, der kann auch nicht atmen, der Mann. Vitrak. Das ist... Nutella. Das kann man sonst noch kaufen hier. Nichts. Das war's dann. Ah, ich brauche noch Wurst. Hier. Viel Salami. Vielfell oder Minreha. Viel Minreha. Hier gibt es nicht so viel Aufschnitt, nicht so viel Auswahl. 10 Kilo. Ah, ich brauche 300 Gramm. Und jetzt kommt ihr für die Zetun. Für diese Dinge, das ist es lieblich. Machallel. Eingelegtes Zeugs, voll mit Salz. Das schmeckt dem. Dem Ägypter. Mir nicht. Oh, he didn't I. I need something like this for Eunice. He loved this Sucuk. Maybe we take one and try it. Ask how much is one. Tasty lunch and beef. Ask him how much is this. We take one completely. Mein Sohn, der mag so. Und immer wenn er Hunger hat, dann gebe ich ihm ein paar Scheiben. Der muss ja ein bisschen zunehmen. Ah, wo ist der Mahmoud, sah? How are die? Die Staharwana. Ah, das I need also to mix with my expensive Ishtar that will have more. Das kostet nur 10 Pfund. Und die andere kostet 30 oder 20 Pfund das kleine Päckchen, was ich hab. Das kann man dann mischen, dann hat man mehr. So. Was noch? Ich glaub, das war's. Mehr brauchen wir nicht. Dann gehen wir noch zum Markt und holen Gemüse. So, Leute, es hat mich mein Mann aufmerksam gemacht und hat gesagt, äh, und was, wie willst du denn jetzt den Aufschnitt essen? Der hat den doch auch angefasst. Er hat immer mein Gesicht, das stimmt, der hat das auch angefasst. Wie macht denn ihr das in Deutschland? Du kannst doch keinen Aufschnitt mehr kaufen dann. Weil der hat ja nicht mal Handschuhe getragen, das ist mir jetzt auch erst gekommen. Und der Mundschutz war auch offen. Äh, mein Mann sagt, ich soll es dann in Gefriertruhe tun und dann drei Tage warten. Was sagt ihr? Ja, bis das Video kommt, hab ich's schon gefressen. Keine Ahnung, ich würd mich noch mal informieren. Jetzt haben wir's natürlich schon gekauft, ne? Ich warte jetzt, bis der an der Kasse alles gemacht hat. Was willst du jetzt machen? Aufschnitt ist gekauft. Halas. Guck mal, wie der glotzt. Was schwätzt die da? Die schwätzt den Scheiß. Nee, das ist Deutsch. Ah, Mumkin, die mach Mut. What is it? Baccha or air? Wohatzen. Ah, this is one of the best here. Wir nehmen mal eins. Die Eisbergsalat. Baci, sagt er dazu, oder Baccha? So, Gurken haben wir noch. Das ist ja großes Ding. Ameisen hier. Ähm. Guck mal, die großen Barmi, aber die sind holzig, also die mag ich nicht. Gazar, come on, sah. Ah, for the juice you will need, also for the tofa. Can you bring from this, uh, three kilo? Nein, nein. Gazar or tufaha? But Gazar mean the, the Ahsan. Karotten heißt Gazar. Hm, was haben wir noch? Nee, das langt dann erst mal. Okay. Hier, das ist nass, sind so nasse Netze, dass das Kraut halt, ne, die Kräuter nicht gleich austrocknen. Okay. What is with this? Das ist alles. Okay. Dann look from this. Die Ahsan. Die Mashe, die Ahsan. Die Ahsan. You say the banjar already? Hm. 3 kilo? Or two, or? One in the, not more. Mesh. Mesh. You say this always, and since one week I wait. Yallah. Okay, we put one. So, Lloyd. No, klar. Ich brauche nichts mehr. Ich brauche meine Ruhe jetzt. Mombardi. This is not Sucuk what I like. This is Mombar. Das sind Därme mit Reis gefüllt. Schafsdärme mit so Reis gefüllt. Das ist nicht so mein Lieblingsessen. Aber, das ist da lecker. Seafood kannst du machen. Seafood Sachen, aber das brauchen wir nicht. Nur zum zeigen, was es hier halt gibt, gell. Ähm. Sitter Mahmoud. Sitter heißt, ähm, Brust. Die Brust vom Hühnchen. Hühnerbrust, so rum. Ach, hier. Ladila. Das ist alles mit Gefrierbrand hier, gell. Das Ladila. Malisch. Na, es war. Minerati abjadlausama. Also ohne das weiße Gefrierbrand, wenn es geht. Ich habe schon teuer genug. Also, Mahmoud, this is open. This is better from down, and it's close. We take one bath. Sahur, you take two? This quality is not so. Leave one bath. Next time when we come, yes. Halas, halas, halas. Warat, ayuwa. Wir nehmen lieber Schenkel. This is open also. Man muss halt immer gucken, gell. Alles open. Alles open. Ayuwa. This one is good. Nee, auch nicht. Malisch. Es ist gut. Halas, die. Jetzt schäme ich mich, nahem zu sagen, aber das ist schon okay. Das nehmen wir mal. And this we put back. Ich habe nicht, ich bin nicht bei mir. You have enough money for this all? This you open by your hand. Habibi, this we don't need. We have. Habibi, halas. Halas, okay. Kankern? Guck mal, hat der Red Bull. Wie Red Bull? Red Bull? Ja. Das weißt du nicht, was es ist? Okay. Verlass. Also Leute, dann gehen wir jetzt hemen. Die Kinder sind ohne Babysitter. Die wollen heute alleine hier Kosmetik. Das habe ich gesagt, okay, keiner macht Feuer an, keiner macht Spiegelei. Und dann geht's. So meine Lieben, jetzt sind wir auf dem Rückweg wieder. Es ist Zeit. What time is it, you know? Also kurz vor Zapferstreich. Wir sind gerade noch rausgekommen, schnell nach Hause. Und wir haben, ja, viele gute Sachen gekauft. Mein Mann sagt aber, ja gut, wir haben noch, ja, das habt ihr ja gesehen mit dem Fleisch. Ja, mein Mann hat wieder zu wenig Geld mitgenommen. Wir haben 270 Pfund Schulden beim Supermarkt. 270 Pfund, Zap. Ja, la. Und dann haben wir jetzt noch ein bisschen Fleisch einkaufen können. So seht ihr mich. Whatever. Ja. Jetzt sind wir in der dunklen Straße. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis die Tage. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bye, bye. Bye, bye. When come your video, Mahmood? Zurich? The people asking. We don't forget you. In'Sha Allah. In'Sha Allah. In'sha Allah. In'sha Allah. Ja. Fallout. Bye. Bis zum nächsten Mal.